In der Türkei bekommt man für richtig wenig Geld richtig geiles Essen. Ich war vor einigen Wochen selber in der Türkei und zeige euch mal die krassesten Preisunterschiede. Als allererstes hatte ich die besten Baklava von Istanbul. Für nur 54 Lira. Umgerechnet sind das 3,30 Euro. In Deutschland hätte mich diese Baklava wahrscheinlich 10 Euro gekostet und sie waren unglaublich lecker. Als nächstes ging es zu Nustret und schaut euch mal dieses geile Fleisch hier an. Hier gibt es wirklich das beste Steak von Istanbul. Das Steak, was ich mir bestellt hatte, wurde vor meinen Augen zubereitet und direkt an meinem Tisch gewürzt. In Istanbul hat mich das Steak 37 Euro gekostet. In Deutschland hätte ich dafür 350 Euro zahlen müssen. Zum Abschluss hatte ich einen unglaublich leckeren Burger für 8 Euro. In Deutschland hätte ich dafür 25 Euro zahlen müssen. Mein Essen für einen ganzen Tag hat mich in Istanbul nur 48 Euro gekostet.